Moin, ich bin der Ander aus Hamburg und ich bin hier gerade am Rego-Store Hamburg und wir haben heute ihr 20-jähriges Jubiläum. Da gibt es auch ein paar Sets, wenn man so unter den ersten 250 Besuch hat. Ich guck mal rein, da ist ein bisschen was los, da ist schon so eine lustige Figur und ja, mal schauen, was wir da so haben. Einfach mal kurz rüber gucken. Wir schauen erstmal mal was so aktuell hier gerade so beim Rego-Store angesagt ist. Hier sind noch die Dream-Sets, auch noch mit einem schönen, so einem riesigen Pub-Aufsteller in Meere und Ebene, haben sie gut gemacht. Hier ist ja dieser riesen Kaktus, von dem ich den Nagels wieder vergessen habe. Dann haben wir hier einmal das Baumhaus. Hier ist dieser große Shark, den habe ich auch, habe ich noch nie aufgebaut, aber den sehen wir auch mal im Video. So, dann haben sie ja gerade noch die neue Corvette, die Concorde, diese Insekten und die Dream-Wordsbacken und dahin kann man so ein bisschen das Disney-Schloss sehen. die Die Vielen Dank. Vielen Dank.